Ewigkeiten sind vergangen, seit die Götter unter uns weiten, bevor die Raserei unser Land überkam, bevor der Krieg uns für immer entzweite. Du eignest dich nicht zum König. Jetzt bin ich an der Reihe. Nicht! Zed hat Ägypten unterworfen und sein Volk versklavt. Nur ein Gott kann uns retten, aber er braucht seine Augen. Einen Gott bestehlen? Nur ein Wahnsinniger würde so etwas tun. Wo könnten wir wohl so einen Wahnsinnigen finden? Ich habe etwas, das Zed dir weggenommen hat. Wir brauchen deine Hilfe. Bald herrsche ich über die ganze Welt. Wie halten wir ihn davon ab? Wir leisten Widerstand. Du weißt, was dich erwartet. Zed hat ein ganzes Heer hinter sich. Götter. Ungeheuer. Dämonen. Ihr werdet sie zur Rechenschaft ziehen. Beuge dich mir oder stirb. Den Fehler werde ich nicht machen. Ist das ein Sturm? Setz Jäger auf ihren Lieblingen. Komm, laufen wir weg. Weglaufen? Wir Sterblichen machen das immer. ! Götter! Götter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017